Wir berichten natürlich live von der Strecke und wie Sie sehen, herrscht hier heute bestes Rennwetter. So schaut's aus. Wir sind live bei der Startaufstellung, wo die Kameras einige der Favoriten für das heutige Rennen einfängt. Nur noch ein paar Minuten, dann geht das Spektakel endlich los. So schaut's aus, Freunde. So schaut's aus. Herzlich willkommen aus Texas. Quality KI hier muss ich sagen, witzigerweise passt hier gar nicht. Die Strecke sind irgendwie zu langsam. Am Rennen soll's dann wieder passen. Wir stehen nämlich auf der Pole. Da sind schon mal wir hier im Avincia-Team. Das ich im Übrigen sehr geil finde. Auch die Ducati fährt sich sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, zu Strecke und schauen mal, da haben wir die Startaufstellung an. Ja, Frau Marquez, Dovi, Vinales und und und. Wo ist unser Teamkollege? Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Da ist sogar da, Reihe 4, eine KTM. Sehr gut. Der kann die Punkte machen. Auf P15, Dieter Rabat, Lorenzo nur 13er. Ach du Scheiße, was denn da passiert? Simeon, 21er und hinter ihnen Lü... Weiß ich viel, wieso sind dahinter ein Simeon? Ja, okay. Wieso? Aber es kommt Riding? Alles klar. Einige fragwürdige Ergebnisse, aber ja, die werden schon ihre Probleme gehabt haben wahrscheinlich. Warma bleib hier mit unserer Avincia. Ja, wir schauen, ob wir was zurück spulen müssen oder nicht. Wir bereiten sich auf einen weiteren Progrie hier in Austin vor. Und ja, schauen wir einfach mal. Wir werden hier ein paar probieren, ja, herein zu gehen. Ich versuche auch so gut in die Kurve zu kommen. Wale ist da schon da, jawoll. Wale braucht die Dringepunkte auch. Platschlos. Sehr stark auch hier. Für uns. Ja, da ist schon die KTM. Ja, das ist sehr aggressiv auch in der ersten Parcoursu. Wir brauchen keinen Zurückspuler. Ich versuche halbwegs. Schmeidig reinzugehen. Geht nicht immer ganz gut hier. Ich muss da bloß aggressiver auch. Das Werk Zarko. Jetzt schon in den Brahmach, wenn er reingeht, war das nach hinten. Da war es doch Petrucci. Petrucci hinter mir erst, weil Petrucci. Da ist Reducati Power. Sehr schön getroffen, glaube ich, den Brems. Oh, jetzt müssen wir aber ein bisschen aufmachen. Oh, macht er jetzt wirklich nichts. Jetzt fahre ich vielleicht noch weiter gerade raus. Was ich gar nicht... Wow, ja, alles von außen. Ah, genau. Hier wollen sie normalerweise auch gerne innen reingehen. Das hat er jetzt dann von außen versucht. Ah, tippt so weiter. Da könnte er irgendwie nicht durchschlupfen. Da haben wir noch nicht so eine ganze Traktion. Ich glaube, zum letzten Rennen um 5% rauf, die KI. Ich glaube, das war noch links von der KI, der Papa auf jeden Fall noch auf die nächste Strecke. Und dann nicht wie schon ihr Rest, Freunde, ich glaube. Und dann haben wir noch einen Schlecker nach links. So, unsere Power an hier. Ah, da fehlt uns noch was auf dem Yamaha eigentlich von Mary Vinales. Das heißt, Motorleistung müssen wir noch upgraden, auf jeden Fall. Die Lieblingsbunde sollt man eh wieder bekommen haben. Jetzt hat sich das Feld halbwegs einmal sonniert. Die erste Runde, der erste Sektor auch. Speziell wir zu lange gerade, ist ja das sehr chaotisch hier mit der KI. Aber zum Glück sind sie da ein bisschen, also zum Glück sind sie nicht zu vorsichtig. Wir halten auch ein bisschen rein, es war kein Sturz. Also es war so weit einmal alles okay. Da fasst nicht die Kurve, aber es geht. Jetzt wollte ich nicht zu früh, dass ich nicht mit dem Dach auf jeden Ohne drauf fahre. Aber genau. Jetzt haben wir uns einmal auf 8.30 Uhr jetzt einmal positioniert. Also, das spielt hier das Goli nicht mit dem Dach wieder. Jetzt können wir uns einmal langsam ran tasten an unserem Bremspunkt hier. Aber ich glaube, ich habe ihn schon gefunden wieder. Auch im Rennen. Ah, okay. Da können wir auch mal da gleich die Ecke wirklich ein bisschen reinstechen. Hier in der Kurve auch eventuell. Da ist schon Lorenzo. Und der hat gleich die Quoten schon gut gemacht. Wie der könnte schnell sein im Rennen. Da ist er schon. Ah, okay. Schnell rechts. Da ist die Kajaja-Plato. Okay, wie es war jetzt? Okay. 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 Mal merkst du gerade, die hier gegen unsere, ja, haben wir noch ein bisschen mehr PS. Das ist ja eigentlich, das war früher immer dieses Sektor, da haben sie eigentlich immer von Leibniz, oder? Jetzt stecken sie das sogar rein in der schnellen S. Oder nicht schon. Aber oft schon auf die Kajaja, aggressiv-technisch auch. Ja, aber auch beim White Formel 1, der Sitzung rauskommt, in eineinhalb Wochen. Okay, auch ein bisschen aggressiv vor allem schon. Ja, aber dann bremst es ja auch ein bisschen Defizite, aber das muss man schon ausmissen. Und dafür haben sie irgendwie eine an der Ecke, wo es sie wieder schneller sieht wie ich. Aber ich kann nicht den Sitzung für mich gekofften zu sein. Oh, ja, 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 ja. Warte mal, doj, schon. Hier wird ein Pfageln zum Glanzgegennis. Da sind wir jetzt sicherlich komplett rausgekommen. Wir beruhigen die Kurve einfach noch einmal hier. Die kommt nicht raus. Kommt er nicht drauf. Wir schaffen aber da können wir noch mitgehen mit Dani. Ausgenommen sind wir nicht ganz so geil. Jetzt schon das Programm hinter uns mit seiner Karte in, glaube ich. Der ist cool für Punkte. Jetzt ist der Sektor gar nicht so schlecht getroffen. Dani außen überholt. Sehr schön. Jetzt haben wir gerade einen blöden Wind, glaube ich. Da geht aber noch. Check es. Lass ich nochmal rein. Hier ist wahrscheinlich das Fahrzeug wichtig. Aber macht er leicht das Gas auf. Jetzt geht das mal zurück. Na gut, okay. Aber er kommt schon wieder. Kann ich trot sich damit? Die haben es vielleicht ein bisschen zurückgesteckt. Vielleicht sind sie denn da bei den Tests so oft gestürzt hier. Ich bin ruhig, als ich anfahren lassen die Kurve. Kann ich nicht. Das ist aber ein Problem mit dem halt auch. Was drin ist? Jui, jui, jui. Das ist sehr eng. Ja, da ist es fast ein bisschen stärker. Dieser Hahn ist so meine. Der Schreck, aber ich glaube, wo ist der hinter mir gesehen? Ich habe es gesehen. Die Karte. Nummer 13 der Bernie hier. Oh, jui, jui. Da ist mir ja am Punkt. Das hat er gezielt. Die 12 ist nicht unser Ziel fürs Rennen. Das wird schwierig, so wird er es schon. Wie bei Abbaust ist der im Tun. Aber das ist viel schwächer, glaube ich. Das schaut aber auch geil aus. Die Karte. Die Singer haben die Wärmein. Schwieriger, also leichter, leichter wäre es gewesen, von den Vorgaben her, als Teambau. Schwieriger, da war es schwächer wie ein Winzer. Wäre aber auch cool gewesen, das Team. Das wäre theoretisch kaum ein lustiges Szenario, da hinten beim Bottista aus Basel anzufangen, mit Bottista und Abraham, dass man dort die Ducati-Karriere durchmacht. Dann hier zur Vinci, dann zum Brabac und dann zum Werkstimm. Die Ducati-Karriere irgendwie hart spielen, aber die Ducati-Fender kann aber so warten. Vielleicht bleiben die wohl. An dem Platz müssen wir hier fighten, dann in der letzten Runde. Und das gefällt mir gar nicht. Sorry, da waren alle mitgegeben. Und raus in die letzte Runde. Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr reichen. Da sehen wir das da kurz. Schade, die Ziele wären jetzt für hier natürlich auch geil, wenn die noch einmal so eingeblendet bekommen würden. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr drin habe, das sind ja so schnelltagen von Geraden. Der hat so ein schwächere Ding von mir. Ich bin ja nicht. Schade. Ich weiß nicht, dass der Ducati immer gestanden ist. Wohl in die Platzierung im Durchdremen. Das war dann so ein... Das war dann nur beim Formel 1. Und im Grün steht 10, das ist noch okay. Und dahinter ist es nicht mehr okay. In dem Fall 12, hoffentlich, für mich. Der Barney und... Der Armachterfahrer werde ich nicht bekommen. Dabei gegen Alvaro hier fighten. Boah, neul. Der nickt mich dann. Sorry. Na, ich habe mich die nicht voll vorantraut jetzt gerade. Das ist ja... Und so ist der aber so schnell. Das kann doch nicht sein, oder? Das ist so... Hallo? Das ist so gut. Ich glaube ja, die geben ihnen vom Speed her da so viel einen Bonus, weil sie dahinter wieder so langsam sind, dass es von der Runde her passt vielleicht. Schaut auf irgendwie mal ein Bild komisch aus. Scheiße, jetzt hat er mich teilweise wieder an gekriegt. Jetzt kommt die Eier von hinten. Das ist jetzt sogar ernst. Das war's mit dem Ziel. Die Reifen können es nicht sein, wir haben noch eine Hälfte drauf. Eine ganz schlechte letzte Runde. Aber da hinten, mit dem neuen Helm hier. Ja, die Reifen können es nicht sein. Ich glaube, ich schalte den Verbrauch trotzdem auch aus, um diese Fehlerquelle noch einmal wegzubringen. Während die Fahrer ihre Ehrenrunde fahren und zum Park Vermeer zurückkehren, werfen wir einen Blick auf das Endergebnis des heutigen Rennens. 2-0-4, auch die schnellste Runde. Haben wir unsere Quali-Zeit eigentlich nie erreicht, irgendwie. Ja, da bin ich jetzt mit dem Rennen vor, mit der Schlussphase nicht zufrieden. Das war jetzt ein bisschen... Hm, nicht so geil, muss ich sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen rausgekommen. Dann haben wir doch auf einmal die 2 auf einmal überholt. Dovi, Formarquez, Maverick, Vinales, Rossi, Iannone, Lorenzo noch auf die 6 gekommen. 15er sind wir sogar noch geworden. Eieiei. Und da hier gerade mal so vor Tito Rabatt unserem Teamkollegen. Franco Morbidelli auf der 17. Aber ich finde trotzdem, der Franco Morbidelli müsste auch... Also die Honda kannst du da hinten leider vergessen, diese Kundenhonda. Die kannst in die Tonne klopfen. Da ist auch sonst keiner. Simeon, die Maschine, müsste noch einer bekommen. Nicht er, sondern wer anderer. Er lüht ja auch mit der Honda. Das Honda, das kannst du vergessen. Takagami, Takagami. Das ist leider... Das ist für nichts, die Hondas. Die kannst du vergessen. Oder... Sie machen es ganz weg. Dass nur mehr Ducati und Yamaha Kunden-Teams machen. Ich finde die einfach zu schwach. Ja, sind wir zurückgefallen. Vier Plätze. Wir haben nur einen Punkt gemacht. Und durch wir jetzt hier am Start sind auch... Na gut, da hat er im Endeffekt, weil er ist auf den 15 gestartet. Titor Abarth einen Platz verloren anscheinend. Wenn wir jetzt nicht mitgefahren wären, hätte er zumindest den 15. Platz hier erreicht. Paul hier mit seinen drei Punkten. Obwohl ich weiß jetzt gar nicht... Der hat uns ja kurz überholt. Also den einen oder anderen Punkt hat er sicher gemacht. Ja. Ja. Da hinten noch keinen. Smit noch nicht. Mopitelli. Redding. Espargaro. Elesch. Simeonaga. Lüthi. Alle noch. Null Punkte. Da wird sich diesbezüglich, glaube ich, auch nicht mehr viel tun. Unfremde. Punktetechnisch da hinten. Aber gut, das passt schon. Ducati. Hat jetzt Honda und Yamaha überholt. Haufbottir haben sie in Bologna. Sehr schön. Jo. Da schaut es auch okay aus. Haha, jetzt habe ich weiter gedrückt. Ja, das ist egal. Das war auf jeden Fall. Das Wolli haben wir geschafft. Und dem Rennen komplett das Gegenteil. Also, wie war es der Reifen? Da waren die 5% doch dann so hoch. Und mittlerweile, also zwischendurch sind wir ja ganz gut mitgekommen. Aber dann waren da ein paar so Ecken, wo sie wieder reingestochen sind. Das konnte ich unterm Strich dann nicht kompensieren. Da wäre ich alleine die Runden gefahren. Ganz alleine. Hätte ich vielleicht den Speed schon da so mitgehen. Wahrscheinlich. Also die 0-3er Zeiten mehr oder weniger fast. Aber mit den Zweikämpfen und alles drum und dran. War ein schwieriges Rennen, Freunde. War heute ein schwieriges Rennen. So, wir haben gesagt, wir wissen, ja gut. Aber ich glaube im Motor, ob das nicht von der Strecke hier auch ein bisschen bedingt war. Leistung. Wir brauchen Leistung. Trotz allem. Das ist mal wichtig. Und es geht, Freunde. Nachher ist endlich einer meiner Lieblings Grand Prix hier in Spanien. Das werde ich jetzt auch ausgiebig testen. Und ich hoffe, es geht sich aus. Ich werde am Donnerstag wahrscheinlich fahren. Und da werden wir wohl oder übel, glaube ich, mindestens ein 50% fahren. Ich glaube 100. Ich wollte eigentlich auf ein Rennwochenende immer. Es geht sich leid. Nein, es geht sich nicht aus. Wenn ich mal zufällig Zeit habe. Aber mit der Karriere hier versuche ich jetzt doch hoffentlich ein 50er hinzubekommen. Hier in ihre S, Freunde. Da freue ich mich schon drauf. 100er weiß ich nicht. A, ob ich das sehen wollte und B, ob ich es überhaupt schaffe von der Zeit her. Werbe in IRS, glaube ich, sicher durchaus interessant. Da freue ich mich schon drauf. Da werde ich gleich ein bisschen testen. In IRS jetzt. Da werde ich gleich mal ein bisschen ausrollen mit meiner Avincia und einmal ein bisschen an der Strecke schnuppern. und schauen, wie die KI hier so ist. Ich werde gleich mit 95 einmal weiterfahren. Und genau, das werden wir gleich machen jetzt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Da gehen wir auf 95. Da gehen wir nur auf Gwolle. Da brauchen wir keinen Entwicklungstest. Gehen wir mal auf 12 Runden, dass das gleich einmal eingestellt ist. Und ja, Freunde. Ich sage danke noch einmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hier, wo gleich meine Tests beginnen. Das nächste Mal wieder. Ich komme wahrscheinlich am Donnerstag. Ja, am Donnerstag wird es höchstwahrscheinlich. Donnerstag oder Freitag wird es kommen. Weil im Mix muss ich auch aufnehmen. Bis dann. Ciao, ciao. Von der Rennstrecke in Jerez.